Was geht ab, Monosif, Alter, Osirio und heute haben wir auf der japanischen Version eine Ankündigung bekommen für einen neuen Super Saiyan 4 Goku und einen Super Saiyan 4 Vegeta. Wir werden uns gleich betrachten, was es genau damit auf sich hat. Bevor wir das machen, Freunde, lieben Dank für euer Feedback vom gestrigen Physisch Kid Buu EZA Video. Ich habe dann nämlich die Frage gestellt, ob ihr Physisch Kid Buu in einem Super Bad Road Team sehen wollt oder auf einer Super Bad Road Stages. Ich habe das auf jeden Fall gesehen, lieben Dank dafür das Feedback. Ich weiß jedoch nicht, ob ich das heute noch raushauen kann, denn für heute steht eigentlich noch das Team Rating Video an. Jetzt weiß ich eben nicht, ob ich das Team Rating Video auf morgen verschiebe und oder das Super Bad Road Video. Ich habe nämlich mit dieser Ankündigung nicht gerechnet, das heißt, er habe ich ein bisschen verplant, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall vermerkt, lieben Dank dafür. Und da weiß ich auf jeden Fall Bescheid, danke für euer Feedback. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall die Tage auf euch zukommen, sage ich mal. Ich weiß nur noch nicht wann genau. Jedenfalls, bevor wir uns die Ankündigung zu Super Saiyan 4 Goku und Vegeta ansehen und gucken, was hat es damit auf sich, wissen wir auf der japanischen Version erwarten wir in zwei Tagen das vierjährige Jubiläum. Heißt, unsere Zeit am 29. Januar sollte das live gehen. Wann genau, ist eben die Frage, deswegen gucken wir uns erstmal ein, zwei Sachen zuvor an. Nämlich, vor ein paar Tagen wurde Boss Rush, beziehungsweise neue Stages für Boss Rush angekündigt. Boss Rush, das Event selbst, wird offline gehen, kommt dann wieder online am 29. Januar, 7 Uhr morgens unserer Zeit. Was erwarte ich, was hinzugefügt wird? Ich denke mal, das haben wir auch im Stream besprochen, und ich denke mal, es werden neue Kategorie Stages hinzugefügt. Heißt, neue Boss Rush Stages, in denen wir gegen fünf Kategorie Gegner kämpfen. So wie es aktuell in den letzten beiden Boss Rush Stages sind, da kämpfen wir auch jeweils gegen fünf Kategorie Stages. Und wir haben das hochgerechnet. Auf JP wäre es auf jeden Fall möglich, dass sie quasi zwei weitere Boss Rush Stages hinzufügen, in denen wir jeweils gegen fünf Kategorie Doka Events kämpfen, sage ich mal. So, ja, würde ich für realistisch halten. Ich weiß es nicht, das ist nur eine Vermutung von mir. Wenn das der Fall sein wird, sollten wir mindestens 35 Sons jeweils bekommen, heißt 70 Sons für beide Stages, weil aktuell ist das so mit den vorletzten Stages. Könnte natürlich ganz anders sein, aber das ist so quasi einfach nur meine Vermutung, was wir erwarten könnten für die Boss Rush Stages. 19. Januar, 7 Uhr morgens wird das hinzugefügt, vorerst natürlich nur für JP. Dann haben wir noch dieses Story Event, beziehungsweise die Ankündigung für das Story Event von Giro, sollte heißen, glaube ich, Pants Roboter. Dieser Giro wird, wie die anderen Free-to-Play-Charaktere, sagen wir mal, zum Beispiel wie Goku Jr., wie Bulma, Piccolo, etc. Dieser wird seine Stage bekommen, eine Story Event Stage, Special Stage, in dem wir in der Lage sein werden, ihn zu farmen und komplett Free-to-Play mit seinen eigenen Orbs auf 100% bringen zu können. Heißt, es ist der nächste Free-to-Play-Charakter, den wir auf 100% bringen können. Sein Event erwarten wir für den 29. Januar, 9 Uhr morgens. Shoutout an die ganzen Determiner, die haben das gelegt. Auf Twitter habe ich das gepostet, an iSeriously war das. Shoutout an ihn auf jeden Fall. Heißt, wir haben hier quasi 29. Januar 7 Uhr morgens einmal eine Zeit und 9 Uhr morgens einmal eine Zeit. Und der 29. Januar sollte auch das 4-Jubiläum starten. Deswegen schätze ich, am 29. Januar wird es eine Wartung geben. Sagen wir mal, so die endet um 9 Uhr morgens quasi zu dem Release mit den Boss Rush Stages. Das wollte ich quasi nur mal klarstellen, damit wir eine Zeit haben, eine Uhrzeit haben, wann wir mit den 4-Jährigen rechnen können. 29. Januar morgens, sag ich mal. 9 Uhr morgens jetzt mal, da wird wahrscheinlich eine Wartung kommen. Könnte natürlich auch wegen der Wartung dann länger sein, aber der 29. Januar wird es sein, unsere Zeit. Was hat es jetzt quasi mit diesen beiden ankündigten Aufsicht? Das sind ankündigte Freunde, das sind Teaser dafür, dass zum einen das Dokument von dem Super Saiyan 4 Goku offline genommen wird, am 28. Januar um 3 Uhr morgens, aber auch das Dokument von Vegeta. Und was heißt das? Das heißt, wenn Dokument offline genommen werden, werden dort neue Stages hinzugefügt und dies wiederum heißt, neue Charaktere kommen für diese Dokun-Events. Heißt, man rechnet sehr stark mit einem neuen Super Saiyan 4 Goku und einem neuen Super Saiyan 4 Vegeta für das 4-Jährige Jubiläum. Wie genau sie sein werden, also die Betonung liegt stark auf wie, wissen wir noch nicht. Wann bekommen wir die Infos? Ich denke, wie gesagt, am 29. Januar, denn da rechne ich auf jeden Fall mit einer Wartung. Spätestens, sag ich mal, kann doch vielleicht einen Tag früher sein, aber da rechnet auf jeden Fall mit einer Wartung, in dem die Charakterien hinzugefügt würden, aber auch quasi, da bekommen wir dann ganz Informationen, wie das ablaufen wird zu Part 1 und Part 2 des 4-Jährigen Jubiläums und Ticket beinahe erwarten wir ebenso noch. Also die ganzen Daten werden wir quasi wahrscheinlich die Tage bekommen und am 29. Spätestens sollte das der Fall sein. Aber jetzt, was vermute ich? Na klar, die Vermutung liegt nahe, okay, easy. Es wird ein neuer Super Saiyan 4 Goku kommen, ein neuer Super Saiyan 4 Vegeta, Dube Dukan Festival, sag ich mal, und die, ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt ist aber die Frage, die sich mir stellt, werden das, werden das normale TOR-Charaktere oder wie letztes Jahr Vegito und Gogeta Dukan-exklusive LR. Das kann ich nicht sagen, das wissen wir nicht. Da warten wir, wie gesagt, auf die Daten. Aber, beziehungsweise, bevor ich darauf eingehe, wann erwarte ich die beiden denn? Nun, ganz ehrlich, sie könnten vielleicht schon am 29. Jotten, zwei Tage normalerweise, geht's ohne Ankündigung, aber vielleicht auch eher gehen Ende der Woche am 31. Januar, denn LVG und Gogeta kamen am 31. Januar, wenn ich mich recht entsinne, abends, letztes Jahr zu unserer Zeit und es wäre nicht unüblich, dass sie quasi die beiden Jungs, die neuen Karten von denen, die neuen Versionen von denen, nicht direkt am 29. Jotten, sondern ein, zwei Tage drauf. Also, wenn wir genau, die genauen Uhrzeiten wissen, wie gesagt, da müssen wir ein, zwei Tage noch warten, dann lasse ich es auf jeden Fall euch wissen, schnellstmöglich auf Twitter, checkt auf jeden Fall den Link dazu ab. Der ist in der Beschreibung. Jetzt jedenfalls zu der Frage, was schätze ich wegen den Charakteren? Nun, ganz ehrlich, wir dürfen, also, normalerweise mit Mannan, ja, Neose, du weißt was, das wird wie letztes Jahr, die werden zwei neue Dukan-exklusive LR sein, er ist das vier Jahre Rebellion, das werden sie nicht vergeigen. Würde ich euch nicht widersprechen. Würde ich es cool finden? Eigentlich schon, um ehrlich zu sein. Die zwei Charaktere, die sind jeweils zwei Jahre alt schon. Die kamen zum Zweijährigen Rebellion. Okay, gut, Vierfah Goku hat Full Power Goku bekommen, eine neue Version, aber Vierfah Vegeta würde neue Charakter bekommen und Vierfah Goku, der würde dann auch hoffentlich, also, ich stelle es mal, Super Saiyan 4 Goku heißen, heißt, es würde kein Problem geben mit Full Power Goku wegen dem Namen, man könnte beide spielen. Wenn wir jetzt davon ausgehen lassen, Dukan-exklusive LR sein werden. Getrennt. Könnte sein, wissen es nicht. Was mir wünschen würde, was ich mir gewünscht hatte, war ja so oder so, beziehungsweise, mein Wunsch war, ein Super Saiyan 4 Goku und Vegeta, die sich transformieren zu Super Saiyan 4 Greta und Gegenspieler in dem anderen Ball oder LS Sinshan Long mit den Jank-Mods, die sie einsammelt, dann zu L-Omega-Shan Long wird. Tut jetzt diese Ankündigung das widersprechen? Teilweise, denn es ist quasi, die zwei neuen Sages bekommen in einem Event und es war bis jetzt immer so, dass dann quasi jeweils für die zwei neuen Events, sag ich mal, zwei neue Charaktere kommen. Aber warum habe ich gesagt, vielleicht könnten sie auch TOR-Version sein, denn, folgendes, Freunde, zu der 250 Millionen Download Celebration kam ja zuerst Super Saiyan Goku und Tech Freezer als Dual-Docan-Festle und zu Part 2 kam dann LR Goku und Freezer. Deswegen würde ich es aus den jüngsten Ereignissen eigentlich gar nicht mal so abschlagen, wenn vielleicht ein Dual-Docan-Festle kommt zu TOR, einem neuen TOR-Super Saiyan für Goku und einem neuen TOR-Super Saiyan für Vegeta und zu Part 2 kommt dann irgendein neuer LR. Ihr merkt schon, reine Vermutung, wir wissen nämlich nicht, was die Charaktere drauf haben. Ich denke, ich wollte alles sagen, was ich sagen wollte. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet, bevor ich das Ganze allzu lang halte. Das wären die ganzen Informationen zu den beiden Jungs. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Tage abgeht. Zuban auch der Film auf Deutschland kommt, Dragon Ball Super Broly auch am 29. Vor allem, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Tag ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.